Wenn die Frau das Kind austrägt und was im Bauch hat, finde ich, sollte sie sich deswegen auch um die Verhütung kümmern. Okay, ich finde das absoluter Bullshit auf jeden Fall. Das ist ja auch dein Kind dann. Hast du selber ein Kind? Nee. Okay, das merkt man auf jeden Fall, weil das ist auf jeden Fall, das ist eine hanebüchene Aussage auf jeden Fall. Das kann man auch so nicht stehen lassen, weil, also erstmal befruchtet ein Mann eine Frau nicht. Also du trennst das so, als wenn das zwei verschiedene Parteien wären, aber nur weil die Frau das austrägt. Das sind ja zwei verschiedene Geschlechter. Genau. Ja, aber das eine verschmilzt ja mit dem anderen und befruchtet das ja. Aber trotzdem befruchtet ja der Mann mit seinen Spermien die Eizelle. Ja. Also ist es ja so. Er befruchtet ja die Frau. Ja gut, aber der Mann hat ja dann trotzdem Teil auch, also ist ja auch Teil der Befruchtung. Beizutragen, das auf jeden Fall. Aber die Frau trägt das Kind aus, das heißt, bei der Frau wächst das Kind im Bauch. So und wenn sie der Meinung ist, nein, sie möchte keine Kinder so in der Hinsicht, sie möchte ihren Spaß haben, dann bin ich der Meinung, sollte sie dafür sorgen, dass sie sich auch darum kümmert, dass sie nicht schwanger werden kann.